Der Knopf ist kaputt. Der Türgriff ist auch kaputt. Nicht beim Essen filmen. Mach ich nicht. Doch, doch. Du machst das schon. Haben wir jetzt Kick-Off-Meeting? Nein, wir trinken jetzt erst mal einen Kaffee, weil... Ruhe. Hör doch mal auf, wie ich da nicht filmen, Alter. Hast du mal eine Kamera mit? Kleine? Ja, die kleine wolltest du mit mir in die Kamera um. Das ist meine kleine Kamera. Ist das die von gestern? Ja, das ist die kleine. Hör doch mal auf hier. Guck dir mal das andere Objektiv. Du hast schon wieder die Schuhe. Drei. 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 Guck dir mal Scho latti, ne? Drei. Ich sag mal ehrlich. Ja, ist geil. Ehrlich. Guck dir mal schon. Was? Arsch, Arsch. Sag noch was, Tom. Was soll ich sagen? Wir haben heute Tag 2. Das erste Foto ist im Kasten. Und wir machen jetzt die nächsten beiden. Das Wetter ist ein bisschen kacke, aber wir machen schon das Beste draus. Und wir haben heute den ganzen Tag Locations, die überdacht sind. Clever, ne? Und den besten Fotografen wieder hier. Und den besten Fotografen. Der schon wieder bei der Arbeit ist. Du, ich geh hier mal. Spare, Schuss. Der ist noch nicht mehr kaputt. Spare, Schuss. Brr, 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 Brr. Spare, 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 Spare Spare, 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 Spare... Spare, 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 Spare. Hey, keine Stifte. Ganz bisschen. Ganz langsam. So. Ich vertraue Tom, der baut dir neue Felgen. Wir haben noch nichts kaputt gemacht. Während manche Leute sich hier komische Sachen ausdenken, ist Henry am Arbeiten. Das dritte, zweite Foto war das vorhin, ne? Zweite Foto haben wir jetzt im Kasten. Jetzt Kasten, jetzt Foto Nummer 3, fast an der gleichen Location, aufgehört zu regnen. Alle sehr gesprächig hier. Aufgeregt. Wir sind alle aufgeregt. Henry, bist du auch aufgeregt? Ich bin total entspannt. Henry ist hier der Tiefenentspannendste von allen. Guck mal, dann haben wir es hier. So, Nickel. Hast du dich verfahren? Wieso? Wir richtig? Ja. Wir sind hier richtig. Das ist hier schon wieder los. Ja. Und das ist hier los, das stimmt. Geil. Du, ich bin hier mit dem Hall, ne? Ja. Ist das auch Elektro jetzt? Auch Elektro. Geht's? Nicht stark, die Jungs ist schon ganz klar. So, geradeaus oder was? Ja. 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 So, jetzt so? Ja, ich bin eh schon. Ja, ne? Na, 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 na. Gibt's das? Gibt's die, was ihn gerade steht? Nicht anfangen. Ich hab's nicht. Jetzt hab's hier sieht man das nicht real. Guck mal, na. So. Das ist ein kleineres Mal. Das ist ein kleineres Mal. Und hier ist es ein kleineres Mal. Ich bin zu klein. Das war, wie gesagt, das Ball wird dann... Das ist ein Hauch. Ja. Na warte dann, hast du noch eine Hose eingestellt? Ja. Na Kasten, zweiter Anlauf, ne, Müller-Boy? Ich finde das auch ganz geil hier mit dem Kopfscherpaster. Das ist geil. Also auch wenn man ihn hier hinstellen würde und die Brücke im Hintergrund hätte, wäre das glaube ich auch ganz cool, oder? Das Auto noch gerade, oder? Gerade. Oder gut lassen. Wir gehen ruhig. Was sind die Schokoladenseite? Eigentlich eher die, ne? Hä? Die führten jetzt auf so einen Freitag nach vorne und dabei aber nach links einschlagen. Guck mal hier. Typischer Autofahrer. Also falls du jetzt fallen solltest, äh... Meine letzten Worte? Ja, und ich hätte es jetzt auf Kamera. Also die Klicks werden gesichert. Ganz kurze Recapitulation. Wie war dein Tag bisher? Gut eigentlich. Ganz entspannt und trotzdem geile Ergebnisse erzielt. Schön. Ja. 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 Und das ist die Perle dazu? Ja. Ja. Der heißt Julius. Ah. Also mein Nachname ist Perlberg und mein Spitzname ist Perle. Ah. Julius Perle. Also der, Julius war der Vorbesitzer und deswegen heißt er Tobi so. Ja. Also übrigens der ist... Einzige Autofrift, ne? Was heißt das? Das einzige Autofrift hier in der... Ja. Not static, oder wie heißt das? Ich hatte schon... Not static. Okay. Ich hab schon was gelernt heute. Machen wir jetzt nicht die Wohnen hier auf der Brücke angeln denn jetzt? Fast so aus. Sollen wir schnell einen Fisch fangen. Das ist jetzt einfach nur... Soll ich nochmal sagen, schnell mal wenn die Kamera an ist? Nee. Einfach nur hier unten die Stelle hellen Christ. Wie denn? Dann kannst du eigentlich... Was soll ich jetzt sagen? Also im Endeffekt ist es ja so, weil wir... Wir haben für das zweite Video jetzt kein Ende. Ach so, okay. Ja. Also folgendes. Ihr wundert euch sicherlich, wieso wir kein Ende hatten für das zweite Video. Ich bin's. Euer... Euer Schulke. Prost. 1005. Untertitelung des ZDF, 2020